Das Pokémon-Turnier hat begonnen. Phil tritt gegen Sean an. Wer wird gewinnen? Sean hat viel mehr Karten. Armer Phil, was wird er jetzt tun? Ich muss mich konzentrieren. Ich hab einen Ass in meinem Pokéball. Du kannst was erleben. Pikachu. Mach ihn fertig. Oh nein, meine Karten. Die gehören jetzt alle mir. Du hast verloren Sean. Ich hab noch eine Karte übrig. Ein Helm. Ein Helm? Echt jetzt? Danke. Du hast mein Pokémon abgepeppt. Das ist das Ende. Sehr schön, Pikachu. Du bist das beste Pokémon, das es gibt. So ein Pokémon wirst du nie haben, Sean. Pech gehabt. Bye, Loser. Was für ein cooles, rundes Gadget. So einzigartig. Wie öffne ich es? Okay. Ich mach weiter mit Plan B. Ein Baseballschläger. Blanker. Blanker. Ein Katana. Wie krieg ich dich auf? Hey. Du bist gemein. Oh, sorry. Du bist so weich. Du hast so süße Ohren. Pika, Pika. Pikachu. Pikachu, Tag. Kein Essen. Ich hab immer noch Hunger. Oh, ich bin schon auf dem Weg. Wow. Obvious. Essen. Wo bekomme ich Essen hier? Hier gibt es nichts. Pikachu kann keine Luft essen. Oh, verstehe. Mein Pokéball. Mein Pokéball. Mein Pokéball. Mein Pokéball. Oh nein. Er ist weg. Pikachu. Oh nein. Er ist weg. Mein kleines Pikachu ist weg. Ich muss aufhören zu heulen. Ich werde dich finden, mein gelber Freund. Pikachu ist verschwunden. Pikachu. Hab dich, kleine Maus. Hilfe. Der Tierschutz ist bei der Arbeit. Hilfe. Nein. Ich werde dich finden. Was ist da drin? Ich muss aufpassen. Was? Ist das ein Pokémon? Slopo. Wow. Es ist Fleck, Mon. Nein, hab ich Glück. Geh in den Pokéball, neuer Kumpel. Oh, ich werde gesundes Gemüse greifen. Das mag ich nicht. Eine saftige Tomate. Die passt zu deinen Wangen. Nein. Salat. Chips. Frisches Grünzeug. Cola. Ich will Snacks. Bitte. Nein. Wir essen Gemüse. Hi. Moment. Er hat die ganzen Snacks reingelegt. Pikachu. Nein. Gut. Wir nehmen das alles. Gegen Pikachu komme ich nicht an. Fleck, Mann. Komm raus. Kannst du mir helfen, meinen Pikachu zu finden? Bitte. Ja. Klar. Klar. Fleck, Mann. Fang an zu suchen. Komm schon. Wir müssen so viele Plakate wie möglich befestigen. Hey. Du bewegst dich ja wie eine Schnecke im Ruhestand. Wach auf. Wach auf, Faulpelz. Wach auf, Faulpelz. Wir müssen Pikachu finden. Ups. Entschuldigung. Oh. Das ist Pipi. Hey. Geh in mein Pokéball. Das hättest du wohl gerne. Du gehörst mir. Hier. Lass uns einen Pokémon-Kampf machen. Komm schon. Du wirst gewinnen. Jetzt werden wir sehen, wer stärker ist. Mein Fleckmann wird gewinnen. Pipi hat gewonnen. Okay. Du kannst mein Pokémon haben. Wer will schon diese Schlafmütze haben? Du kannst es behalten. Okay. Mein Pokémon. Pipi. Los. Geh in den Pokéball. Nein. Doch. Fleckmann. Komm, Kumpel. Oh. Pikachu-Ohren. Ich hab dich. Eine Banane. Eine Banane. Ich hasse Hausaufgaben. Oh. Mein Pokémon. Kannst du mir bei meinen Hausaufgaben helfen? Das ist für dich. Und ich werde eine Runde zocken. Viel Glück, Pikachu. Ich muss zum Unterricht. Ein Glück hat mein Pokémon die ganze Aufgabe für mich erledigt. Was soll das sein? Das sind meine Hausaufgaben. Das geht gar nicht. Wir haben kein Süßigkeitenfach. Oh, Pikachu. Du hast versagt. Jetzt rennst du nicht mehr weg. Warte, Pokémon. Oh. Ein Pokémon. Ein Pokémon. Dich brauche ich, Pipi. Pfoten weg. Pipi gehört nur mir. Wer es glaubt. Pokémon kommt. Komm schon, Pikachu. Zeig ihm, wer der Chef ist. Los, Pipi. Was machen die da? Hey. Wir haben hier. Wir haben hier. Hey. Die Party ist vorbei. Ein perfekter Keks. und Kaffee. Oh, ich habe keine Kekse mehr. Was ist das? Hm. Hm. Kaffee. Ich will mehr Kaffee. Wollen wir spielen, Sean? Federball? Football? Fisbee? Puppy Playtime? Sean, beeil dich. Mach schneller. Wollen wir Bücher lesen? Sean, lass uns spielen. Pikachu. Pikachu. Du. Du hast mein Pokémon gestohlen, Sean. Du bist ein fieser Dieb. Warte. Du kannst das Pokémon zurückhaben, wenn du willst. Wir werden kämpfen. Pikachu wird zu mir zurückkommen. Komm schon, Fleckmon. Versohl ihm den Hintern. Oh, ein Nickerchen. Was für eine super Idee. Süße Träume. Sie passen perfekt zusammen. Mein Pikachu. Endlich bist du wieder da. Sean, das Pokémon gehört von nun an dir. Mein eigenes Pokémon. Sie ist doppelt? Nein, es ist ein anderer Pokéball. Mal sehen, welches Pokémon hier drin ist. Oh, Phil. Du spielst mit Spielzeug. Hört auf. Gib es zurück. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ups. Hey, Glumanda. Kannst du dich um die beiden kümmern? Was? So viele Karten. Die gehören jetzt alle mir. Danke für deine Hilfe. Geh zurück in den Pokéball. Braves Pokémon. Was passiert, wenn ich euch beide zusammenbringe? In der linken Ecke des Winzels Pikachu. In der rechten Ecke ist Glumanda. Kämpft. Ich liebe Kämpfe. Was? Seid ihr gerade beste Freunde geworden, oder was? Okay. Phil, wie sieht's denn hier aus? Mach dein Zimmer sauber. Sofort. Komm schon, Mom. Du darfst erst weiterspielen, wenn du aufgeräumt hast. Das ist so fies von dir. Oh, ich hab ne Idee. Pikachu, ich wähle dich. Mach mein Zimmer schnell sauber. Bitte. Okay. Mom, bist du jetzt zufrieden? Sehr gut, Schätzchen. Du hast das Tuch vergessen. Ich leg es in den Schrank. Was? Phil? Sorry, Mom. Pokémon. Es wird Zeit, dass ihr stärker werdet. Hey, meine Snacks. Cool. Du bist dran, Glumanda. Ein Minecraft-Schwert. Ein Minecraft-Schwert. Abgefahren. Es kann losgehen. Zu viele Upgrades gibt es nicht. Los. Ihr seid bereit für die Schlacht. Ich kann ohne Licht nicht schlafen. Ich kann ohne Licht nicht schlafen. Es ist zu gruselig. Kannst du das Licht anlassen? Hier, ich hab ein Nachtlicht für dich. Danke. Das ist langweilig. Hey, Pikachu. Pika, weh. Hm, ich kenne diesen Geruch. Essen. Geniale Idee, Pikachu. Komm, wir gehen zum Kühlschrank. Was sind das für Geräusche? Wer kämpft denn da? Oh nein. Ihr seid es. Es war so gut. Warum habt ihr das alles gegessen? Geht zurück in eure Pokewelle. Wer macht das alles sauber? Mir ist langweilig. Oh. Ich wollte schon immer lernen, wie man jongliert. Oh, ein Erdbeben. Hilfe. Ah. Und? Wie war's? Uns ist total schlecht. Oh, sorry. Oh, Kate. Meine Traumfrau. Gehst du mit mir aus? Ja, aber... Ah, ich seh schon. Sie will Blumen. Hey, Pikachu. Ich brauch dich. Bring mir Blumen. Meine Haare. Phil? Kate. Die sind für dich. Okay. Okay. Wir gehen zusammen aus. Hier, das ist die beste Soda. Ich werde unsere Steaks holen. Das war's. Ich hole dir was, Glumanda. Oh, danke. Gern geschehen. Hey, Glumanda. Hä? Zünd deine Kerze an. Oh, okay. Danke. Äh, wo war ich? Das ist für dich. Oh, wie süß. Und das ist für dich. Wow. Du weißt, was ich brauche. Was brennt denn da? Was machst du denn da? Ups, ich muss los. Keine Bewegung. Das ist dein Überfall. Gib mir das ganze Geld aus der Kasse. Hände hoch. Her mit dem Geld. Ja, eine Sekunde. Oh, wie süß. Was für ein flaschiges Bäuchlein. Du bist so weich. Pikachu. Du musst dich um den Dieb kümmern. Nicht mit dem Spielen. Gut. Sorry, Kumpel. Du bist verhaftet. Bye, Pikachu. Danke für deine Hilfe, Phil. Das ist für dich. Oh, neue Karten. Hallo? Der Akku ist leer. Ja, das kenne ich. Ich weiß, wie ich dem Lehrer helfen kann. Mein Pokémon. und ihr Smartphone. Vertrauen Sie mir. Hier ist die Smartphone. What? Ich muss los. Warte. Nicht so schnell. Ich werde nie wieder das Smartphone eines Lehrers in Brand setzen. Mein Lieblingsfilm. Warte. Essen ist nicht erlaubt. Na und? Ich habe kleine Assistenten. Leute, ich brauche eure Hilfe. Versteckt die Snacks und schmuggelt sie in den Saal rein. Geht in die Pokéwelle. Leute, kommt raus. Gebt mir meine Snacks. Oh, ihr habt alles aufgegessen? Toll. Ich will ein heißes Bad. Blumanda, hilfst du mir? Bitte. Ja, mir geht's. Oh, super. Danke. Aus mit dir. Oh, nein, nein, nein. Danke, Blumanda. Was haben wir denn da? Oh, ein Pokéball. Ach, was soll's. Hey, Phil. Ich habe dein Pokéball. Lass uns gegeneinander kämpfen. Klar doch. Oh, ich habe Pikachu. Hey, Pikachu. Los, Blumanda. Hey, du sollst kämpfen. Nicht rumalbern. Komm schon. Hier wird es gleich heiß. Wer ist jetzt dein Loser? Sehr gut, Pikachu. Ich habe Pikaten gewonnen. Und das ist mein Pokéball. Bye, bye. Oh, ein neues Turnier. Ein Pokémon-Kampf. Jetzt bin ich bereit. Komm schon, Phil. Nimm das. Puh, was mache ich denn jetzt? Ich bin hier, Trainer. Danke, dass du mir den Rücken frei hältst, Pikachu. Ich bin hier, Pikachu. Meine besten Pokémon sind für mich da. Pikachu und Blumanda. Was? Das ist so ungerecht. Und? Wer ist jetzt der Loser? Alle Karten und Pokémon gehören mir. Wo wollt ihr denn hin? Gut gemacht, Phil. Danke, Pokémon. Danke, irgendwie gäbe'm. Ah, mach mich das! м nicht zu sagen. 好. Bis zumiro church. Es da. Passt dos Ozos calculated.